Hey Leute! Willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Murder Mystery! Willkommen zur neuen Folge von Minecraft Murder Mystery! Wir haben eben schon eine Folge für Flo aufgenommen. Hier die ganzen Leute, die mit hier drin sind, sind alles Leute von Twitteridoo, die mit uns hier heute zusammen spielen dürfen ausnahmsweise... Ich habe kein Talent. Ich habe kein Talent. Meister Tentakel hat das ganze Talent. Flo, ich muss wirklich sagen, ich bin bei dir in deiner Folge. Ja, wir haben jetzt eben auch schon, wie gesagt, die Folge für Chaos Joe 44 aufgenommen. Und Leute, wirklich, ich bin bei dir die ganze Zeit... Oh, ich muss mal hier kurz WhatsApp schließen. Oh, sonst kommt er nämlich hier die ganze Zeit. Weißt du, das nervt ja die ganze Zeit. Ich bin irgendwie bei dir in der Runde oder in deiner Folge irgendwie dreimal Mörderer geworden oder irgendwie sowas. Oh, es leckt. Komm mal nicht so nah. Vukussiki, Vukussiki, Vukussiki. Ah nein, du hast einen Vukussiki gemacht. Ich habe einen Vukussiki. Nein! Hat er nicht gemacht. Die Leute müssen den Insider... Die Leute müssen den Insider auch so ein bisschen... Vukussiki, Vukussiki. ...verstehen. Weil... Das Lustige ist, Lars bei Tab... Der Typ heißt einfach so... Mugusiki. Der heißt Mugusiki, der Typ. Mugusiki, Mugusiki. Das, das... Ich versuche jetzt mal wirklich hier ein bisschen rein zu hauen, Leute. Das Ganze hier. Warte, ist der Typ Mugusiki, da ist er Mugasiki. Aber die ganzen Leute, die so die komischen Namen haben, haben alle so Alex Skins, gell? Ist das dir mal aufgefallen? Boah, das war richtig knapp gerade. Nein, Lars, du hast Mugusiki gekippt. Mugusiki, 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 Mugusiki. Baaah! Stirb! Richtiger Adrenalinkick hier gerade. Lars, ich rede, dass ich bin mit dir. Mugusiki, Mugusiki, Mugusiki. Lars, red mit der Hand. Red mit dem Fuß. Alter, ich bin hier gerade richtig konzentriert, Mann. Waw, waw, wip, blalalalalala. Musik, Musik. Nicht getroffen, Alter. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Was? Okay, okay. Lars, was hast du gerade gesagt? Da kennst du das nicht, das sagt man auch noch. Meinst natürlich einem wieder gesoffen. Nicht getroffen, Bananentrunk getrankt. Bananenmilch gesoffen. Bananentrunk getrinkt. Hä? Bananenmilch zu sich genommen. Bananenmilch konsumiert. Ich muss meine Hosen tragen. Junge, ich habe noch nie so schnell die Leute gekippt. Hey Lars, ist hier nicht kalt ohne Hosen? Jetzt aber no jokery-do. Wo ist...da! Stirb! Lars, nein! I gotta come past, man! Komm schon, Kiki1337! What do you want from me? Das ist der blaue Chaosflug 44. What do you want from me? Oh, nicht getrefft. Nicht getrefft. Weißt du, was ich mache? Ich mache das jetzt richtig fies. Was? Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Sorry, Leute. Warte, sorry, Leute. So, okay. Okay, wer von euch ist Mörderer? Lars, ich rede das nicht mehr mit dir. Hauptsache, du sagst so, wer von euch ist Mörderer? Und wir sind nur zu zweit, gell? Verstehen Sie? Verstehen Sie, was ich meine? Wer ist Mörderer? Lars, beschütz mich bitte. Junge, es ist schon echt heftig, Alter. Das ist ja echt nicht mehr normal. It's not normal! It's not... Was? It's not normal? Hast du gerade gesagt, normal? Normal ist ein Freund von mir. Mit dem war ich in der Grundschule. In der Grünschule? In der Grünschule war ich mit dem, ja. Die Leute schreiben, ich denke Lars, ich bin in O-Brendt. Es ist so mega nice mit Zuschauern zusammen zu spielen, weil die wissen nämlich dann die ganzen Insider und so, Leute. Zack. Easy going, easy going. Flo, wo bist du eigentlich? Lebst du noch? Ja, du bist Mörderer! Nee, Mann, ich bin nicht wirklich. Flo, wenn ich Mörderer bin, dann esse ich deinen Schuh. Junge, lass es mal machen, so auf der GamesCore, falls wir uns das nächste Mal sehen oder sowas, keine Ahnung. War ja auch eigentlich geplant, dass ich mal zu dir fahre, aber Flo, willst du zufällig mal, willst du da zufällig den Leuten erzählen, warum ich nicht zu dir komme? Weil... Sonst lasse ich meinen Keller sperren. Weil Flo seine... Ja, komm, sag es. Sag es, Flo. Weil Flo... Flo hat Angst. Flo hat nämlich Angst, dass ich zu ihm komme und dass ich ihn dann finde und dann werde ich ihn essen und dann... Kamikaze! Ja, hab ihn, hab ihn. Oh. Habe ich mich jetzt gerade selbst verraten? Habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Halt dein Maul. Jo, ich bin kicked. Was? Jo, ich bin kicked. Er rennt hier die ganze Zeit rum, Alter. Junge, noch sieben Leute, richtig viele noch, Alter. Richtig hart. Hallo! 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 Seid ihr im TS? Ja, wir sind im TeamSpeak, Leute. Flo, du kannst... Achso, man hört dich ja jetzt gar nicht mehr. Du bist ja jetzt tot. Weil du nämlich getötet wurdest. Weil du nämlich getötet wurdest. Eiskalt gekillt wurdest du von mir. Weil ich nämlich der härteste Mörderer bin, den es überhaupt gibt auf diesem Planet. Planet. On the world. Off the side of life. Was? This summer. One man's journey. Alter. Wo ist der Rest, Mann? Flo, hilf mir! Florian! Florian! Ich helfe dir nicht, du hast mich getötet. Florian! Ich hätte geholfen, hättest du mich nicht gekillt. Frederico! Geh zu die Werbung. Lars! Larz! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Frederico! Boom! Wollt ihr Kekse? Wollt ihr Kekse? Wollt ihr Kekse? Wah! Ich bin runter gefallen. Lars benutzt Hack or Die. Wo sind alle? Wo sind die hin? Junge, ich hab nicht mehr so viel Time. It's not time enough. Labert kein Käse. Käse labert auch kein Kauslo. Die sind grad wie im Unterricht. Alle gleichzeitig aufs Klo. Achso, ja, genau, ist das so. 30 Schüler in einer Klasse, alle aufm Klo. Ganz normal. Ganz normaler Schultag ist das. Bei uns war das sogar so, immer wenn du aufs Klo musstest, musstest du ins Sekretariat gehen und musstest dir da den Schlüssel holen, ey. War das bei euch auch so? Du konntest nie einfach so aufs Klo gehen, wenn du musstest. Sind die jetzt wirklich aufm Klo? Aber haben die keine Angst? Haben die keine Angst, dass die Leute, die den Schlüssel haben, dann einfach irgendwie wegrennen? Sich ins Klo ein. Und dann setzen sie sich einfach aufs Klo und dann warten die da so lange, bis der Schlüssel wieder rauskommt. Nein! Oh mein Gott, Alter! Nice. Nice one. Richtig gut. Richtig nice. Flo, ich bin innocent. Innocent, 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 innocent. Ich bin Detective Klaus 47. Flo, 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 komm, wir machen das jetzt mal. Flo, Flo, wir haben ja jetzt hier die Leute, die mit uns hier in der Runde sind, haben wir ja jetzt auch hier auf dem TeamSpeak. Wollen wir mal jemanden hochziehen und fragen, wer Mörderer ist? Das war gerade ein Frag. Wir haben eben schon bei Flo in der Runde ein paar hochgezogen. Zieh mal einfach von oben nach unten, nach und nach, dann einfach, okay? Okay, warte, lass, hör dich über den, was machst du? Ne, du musst, ich rede, ich rede, ich rede. Okay, 3, 2, 1. Bist du Mörderer? Ne. Okay, schnell wieder weg, schnell wieder. Hoch, hoch, nächste, nächste, nächste. Das Mikrofon war sehr gut. Ich weiß, was es ist, ich bin gestorben. Es ist dieser Tür, äh, dieser Mütze. Nein, 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 los, los, zieh hoch. Ich will es nicht wissen. Also, es ist, warte mal, warte, ich gucke mal, vielleicht ist die gerade im Türkei aus. Petrula ist Mörderer, warte mal. Ne, ist nicht ein TeamSpeak. Los, nächste, nächste, nächste. Okay, nächste, nächste, okay. Mein Herz. Bist du, bist du Mörderer zufällig? Was? Nein. Oh mein Gott, ich liebe dich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Oh, wie süß. Oh, mega alt. Mega süß, ey. Ich bin jetzt Detektiv, Mann. Was bist du? Warte, warte, Leute. Wir ziehen mal ein paar Leute hier in den Dings. Ich bin Detektiv, ich bin Detektiv. Hallo, bist du Mörderer? Ich bin Detektiv, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, Leute, ihr habt das ja jetzt nicht gesehen, der hat mich einfach so in den anderen Raum gerufen. Ich habe gerade Lars reingezogen. Ne, ich bin Detektiv. Ey, wollen wir, wollen wir mal, gibt es jetzt hier noch, ich glaube, wir haben jetzt schon alle durchgabt, oder? Ey, warte, warte, ey, lass mal, ich bin gestorben, ich bin gestorben, ey, warte, lass, lass euch mal so ein paar Leute vom TeamSpeak-Armen-Team reinziehen, die gar nicht hier mitspielen und die fragen, ob die Mörder sind. Ja, los, zieh mal Dings, zieh mal rein. Hallo, 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 bist du Mörderer? Bist du Mörderer? Bist du Mörderer? Ey, bist du Mörderer? Ja, ja. Ich spiel gar nicht mit, ey. Oh mein Gott, ich habe es gesehen, wer es ist. Ich habe es gesehen, wer es ist. Ich habe gesehen, wer es ist. Wer es ist, wer es ist? Es ist so ein Typ, der hat Melonskin. Ernsthaft? Es ist ein Typ, der hat Melonskin, ja. Instrumenten etwa Nobody YouTube? Kann sogar echt gut sein, ja. Zieh den mal hoch, zieh mal hoch. Ey, der ist doch gerade da, der... War das Nobody YouTube? Ja, es war... Ja, zieh mal kurz hoch, zieh mal kurz hoch. Warte, warte, will ich mit dem Mörder reden? Also, wir haben dich ja jetzt getötet. Was sagst du dazu? Also, no... Äh, hallo. Also, warum bist du Mörderer? Warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Warum kommt man auf solche Berufsassi? Tut mir leid, ich habe zu viel Assassination Class rumgeguckt. Achso, okay. Ciao, ciao, du bist gekriegt. Nein, Spaß, alles nur Spaß. Alles nur Spaß. Ich bin innocent. Ich bin... Tut mir leid, Flo, ich wollte dich nicht töten. Ja, eben haben wir auch hier den Nobody. Ich bin ein Typ von deiner Runde gelebt. Ja, genau. Wir haben Nobody YouTube, habe ich eben richtig abgeschnitzelt hier. Richtig abgeschnitzelt, abgeschnitzelt. Kann man das so sagen? Nein, Nobody. Was? Las, las, beruh ich dich. Beruh ich dich. Die Flöger. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Hä, die ist eben an mir vorbei. Irgend so ein Mädchen mit pinken Haaren. Wie heißt die? Vielleicht ist die hier. Pinken Haare, Pinken Haare. Ich weiß nicht. Wer ist wirklich das? Äh, das ist Einhornkind, glaube ich. Pinken Haare, Pinken Haare. Alter Flo, pinken Haare, Pinken Haare ist es. Pinken Haare, Pinken Haare. Ich bin mich auch gekillt. Pinken Haare. Echt? Jetzt bist du tot? Ja. Oh mein Gott. Die geht richtig ab gerade. Geht richtig ab. Geht richtig steil. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wir müssen aufpassen, Flo. Rechts unten. 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 Flo, ich habe Angst. Bitte beschütz mich, Flo. Warte mal, warte. Warte mal. Rechts. Links. Rechts, links, oben, unten. Wo bin ich? Wer bin ich? Warum bin ich? Du hast keine Chance gegen meine Wahl. Nee, Aldi, ey. Darfst du kommen jetzt zu dir. Der tötet dich. Wow. Ich reiste dir den Fuß ab. Alter. Alter. Vorstellung ist so gestört, ey. Aber hier, ich habe noch vier. Mir fehlen noch vier Yolt. Das Yolt, das Yolt, das Yolt, das Yolt, das Yolt, das Yolt, das Yolt. Maaan. Ohaah. Ah, nein. Erfischt. Hat mich erfischt. Stürt.